So, willkommen zurück. Jetzt alles soweit zusammengefarmt, was wir für den Johnny Dragon brauchen, für den Sattel. Wollen wir den mal herstellen. Ganz schön teuer das Ding. Muss man gut drauf aufpassen. Na komm. Schauber. Oh mein, XP-technisch war da nicht viel los. So. Eigentlich mal. Oh nice. Wollen wir mal den Skin draufziehen. Okay. Oh ja, schon ganz schick. Okay, 1000 Leben. Und da mal die Theorie überprüfen, dass das ein guter Holzfäller ist. Na was auf C? Ne. So, eins der Holz. Ich bei mir 50 und bei ihm gerade mal 10. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Ja geil. Oh, Sedge macht er auch leichter. Okay. Interessant. Ich will mal einen Stein haben. Zwei. Eins. Der macht auch Steine leichter. Wind nicht. Stand. Auch nicht. Aber Steine halbierter. Und Holz. Das ist genial. Cool, cool. Mal auf zu den dicken Bäumen. Er muss noch deutlich schneller werden. Kann er denn bis jetzt tragen? 3,54. 3 Tonnen umgerechnet. Echt gut. Macht er einen Schaden? 173. Da braucht er noch einiges. Ah, wie der Wartschrutt. Er noch Stein? Nein. Okay. Wäre ja auch ein bisschen zu overpowered. Ich kriege knapp 300 aus so einem Baum. Okay. Und auch noch deutlich mehr raus. Da ist noch so einer. Oh, der lohnt sich. Oh, der lohnt sich. Alter Faller. Ich meine schon. 2,4,6,8,9,10,11,12,13,14. 1400. Echt viel. Und... Na gut. Einen Baum können wir bestimmt noch ungefähr. Ah, getroffen. Kann also auch zählen. Und sich auf die kleinen Bäume. Knapp 200. Nicht schlecht. Ja. Unsere Schmieden schön vollstopfen. Dann nehmen wir natürlich mit. Oh, das ist doch... Das Gewicht. Ich teile nicht allzu cool dazu. Ähm... Weiß mal weg. Ah. Bleiben wir jetzt. Ist der denn vielleicht auch vernünftig, Kitty? Mit Chitin hat er das nicht so. Ich bin schon zufrieden, dass der Holz erntet und dann in so guten Mengen. So, muss ich mal die Schmieden gut befeuern. Ah, das ist ganz schön voll, ich glaub, äh, bringt uns mehr. Jop. So, danke. Na, sieht schon aus. Können wir mal so den Brustdeckbrück schon mal geben. Hopp. Hier ist, glaub ich, noch nichts drin. Ne. Wunderschön, äh. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Bursche. Betchenholz. Ganz gut. Ach, der ist auch noch... Wow. Oh. Den kann ich produzieren. Übel. Der ist ein Smitty. Sehr geil. Dann passt er jetzt besser, aber gut. Ich hab ein bisschen umgebaut, damit wir vernünftig produzieren können. Hier so alles ein bisschen aufgemotzt. Brauchen wir alles, ne? Mal Waffen produzieren. Da. Ab. 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 Oh, du kannst mir trotzdem nochmal... Stacks geben. Ne. Ab. 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 Jawohl. So. Hopp. 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 1, 2, 244. Können wir hin. Erster Schießpulverlüft. Hier läuft Clay. Neidiges. So. Hopp. Hopp. Und schön weiter produzieren. Da geht nichts mehr. Okay. Okay. Hopp. Hopp. Und der Dreckweiler. So. So. Wir müssen noch ein bisschen Clay rausnehmen. Sehr schön. Hopp. Hopp. Ja. Ein bisschen. Material wegräumen. Ups. So. Gucken wie viel noch rein geht. Oh. Oh. Hier rein. Auch noch raus. Holen wir den mit. Oh. 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 Digga. Oh. Warte mal. Du kannst eigentlich. Hier stehen bleiben. Genau. Hopp. Hopp. So. Können wir nochmal. Nackobären holen. Können wir eigentlich auch mal kurz in Ordnung anlegen. Mh. 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 Sehr schön. Hopp. Hopp. Ah. Pilze. Blumen hat er keine. Okay. So. Auf geht's. Auf geht's. Ja. Der macht noch nicht so viel Damage wie der andere Große. Aber er formt auch schon ganz gut. Da haben wir endlich eine seltene Blume. Hopp. So. So. Komm mal weg mit dem Krampf. Ach. Weiter geht's. So. Das könnte nur aber reichen. Okay. Hopp. Boah. Ah ne. Er war ja Schießpulver. War mal denn die Narkos hier, ne? Ja. Okay. Weck. Dann müssen wir mal langsam Salz besorgen. Gleiche Truhe. Ey. 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 war doch noch was genau also viel kann man nicht im voraus produzieren vergammelt ja jetzt stecke ich wieder fest irgendwo hatte ich auch salz und die tiere stehen einfach falsch ich glaube hier hier ist salz für mich 3 3 4 das sollte funktionieren prüfe ich jetzt gleich erstmal die theorie was geht es darum reich ernten ach ist wieder aus so das ist fertig sein jawohl ab auf den prüfen müsste ja funktionieren er kommt wieder her brauchen auch als nächstes eine säbelzahn katze gegen schittin ernten nicht den angreifen so jetzt geht es aber mal um fleisch an ein paar aber ganz nett ok level to go machen da war jetzt aber schnell kaputt ab am fahrer wegen freien So, ist das jetzt ein Level-Monster? Wölf, nein. Das schütze ich trotzdem gerne. Ich habe gleich ein Stamina-Problem. Kann ich mal kurz leben. So. So. Ja. Ja, wir sind ja schon grün und blau geprügelt. So. Da ist ja mal richtig was drin. Okay. Einwärts. Hä? Bin ich jetzt endlich falsch? Und auch da oben. Oh, im Inventar gucken, wie lange sich das Prime jetzt so hält. Boah. Echt kurz. Kein Wunder, dass man es nicht abgebraten kriegt. Trotz Salz und allem Klippappo. So. So. Wie heißen das jetzt hier? Filet. Filet. Ach, jetzt habe ich keinen Benzin da drin. Yeah, intelligent, Junge. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Oh, Mann. Na gut, das dürfte jetzt aber klappen. Okay. Na. Okay. Mal ein paar Sticks her. So. Das hat doch schon mal ganz gut hingehauen. Ah, ist schön. Hopp. Mal eben um aufzufüllen. Alles neues Decken. Hopp. Hast du noch was? Sehr schön. Da geht noch mehr rein. Okay. Oh, da geht noch viel, viel mehr rein. Mal die mal irgendwo in der Hand. Hopp. Okay. Okay. Da oben. Die auch. So, Pieper Mats. Hopp. Ja. Ein Rohfleisch wieder. Ja. Ja, die Pflanzen waren mir eingegangen. Hat er nicht aus Wasser geachtet. Die brauchen echt ne Menge Wasser. Okay. Hopp. Nein. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Da ist er. Metall brennt. Oh, ja. Oh, ja. Sehr schön. Mal reinbringen. Du stehst du. Du stehst echt im Weg, Digga. Hopp. So. Jetzt hoffe ich doch, dass wir ne Flinte machen können. Wir können. Narkotik-Darts. Ja, wie heißen die denn jetzt in Engel? Im Deutschen. So'n Driss. Oh, die kann man auch direkt mal lernen. Ziemlich cool. Wo sind die denn? Und ich, das ist so spät? Ja, okay. Da ist erst die Flinte. Hallo? Da. Dein Fall, Narkose-Pfeil. Einfache Gewehr-Munition. Okay. Äh, wie heißen die denn eigentlich? Betäubung. Okay. Okay. Äh. Na, also. Sehr schön. Jetzt haben wir ne Flinte. Munition. Dafür brauchen wir dann auch Gewehr-Munition. Okay. Ich hab wieder ein Level-Up. Das ist sehr schön. Da kann man die Flinte eigentlich noch hier lassen. Hopp. Schieß-Pulver. Hopp, hopp, hopp. Bisschen Narkotik. Bisschen viel. Bisschen Narkotik. Hopp, falsche Schank. Können wir da auch von 40 machen. Wir brauchen da erstmal wieder Metall. Ja klar, hier ist nur Kohle. Kohle. Hopp, immer schön alles abwackeln. Oh, okay. Dann heißt es wieder Metall holen. Hopp. Nein, nein, das war das Salz. Ja. Ja, nochmal 221. Sehr geil. Hopp. Bisschen Metall haben wir wieder. 21, immerhin. Sauber. Dann können wir auch mal auf High-Level-Viecherjagd gehen. So, brauchen wir erstmal wieder Metall. Äh. Nicht sehr ergiebig. Ob diese Zorny Dragons, wenn ich die kille, kriege ich eine Menge Kreatin. Ich glaube, das will ich direkt mal überprüfen. Ich muss da bestimmt irgendwo mal eine rumflatschen. Morellas. Kängurus. So. Nein. Für die Kugus wollte ich nicht hauen. Oh, Metall. Ja. Ach, guck mal, Ameise. Zack. Mal runterspringen. Nehmen alles mit. Ne. Ne, nur Metall. Ich glaube, ich sollte auch langsam mal bei mir Melee-Damage-Skillen. So, Digga. Ah, das dauert alles ein wenig. Leider nicht so, mein Anki zu tragen. Gibt ja keine Wetzels hier. Wie viel kann er denn noch? Ach Gott. Können wir noch den einen mitnehmen. Können wir die Fortis vollstopfen. Oh, den muss ich jetzt liegen lassen. Ähm, ja. Oh Mann. Okay, reicht das? Nicht im Entferntesten. Nee, das bringt aber nichts. Immer noch nicht. Gute Metall. Ja, jetzt. Na, ist klar. So, ja, dann sind wir auch schon am Ende. Danke, sehen wir uns dann zum nächsten Mal wieder. Ich mache es damit noch ein bisschen weiter. Also, bis dann. Wiedersehen. Ciao, ciao.